Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, 5 Sterne vergebe ich sehr selten, doch dieser Film, mit einem grandiosen Tom Hanks, hat ihn verdient. Anfangs mutet der Film wie eine Doku auf, was sich jedoch bald ändert. Hier wird man in den Bann von Tom Hanks gezogen und ist bald Teil der Crew, seiner Crew. So viel sei gesagt, dieser Film baut nach ca. einem Drittel die Spannung langsam auf, die sich dann mehr und mehr steigert und zum Schluss fast unterträglich wird. Nach diesem Film benötigten wir erst ein paar Minuten um wieder runter zu kommen. Sehenswert ist also das Urteil. Tom, du wirst immer besser. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.